so leute heute im test die super boiler gegen die super 10 beide sind von der firma katan nicht quatsch brockhoff von brockhoff sind die super 10 und super boiler sind also von brockhoff fangen wir an mit dem super boiler kleines zwischen fazit sind recht gut sind sogenannte die büller kann man sagen wirklich recht gut für die größe jetzt die super 10 10 stück sind so kleine büller in büller form ja jetzt gehört also der super boiler hat gewonnen die super 10 hier leider verloren trotzdem sind es schöne neuheit muss ich sagen richtig gute büller zum warm zündeln